Hallo Eisbärenfans, herzlich willkommen zu einer neuen Auslosung unserer 30 fast unbezahlbaren Preise und heute haben wir einen, ja ich würde sagen sehr schönen Preis für euch, denn ihr könnt einmal den Puck vor dem normalen Bulli einwerfen, also den Ehrenbully machen, Kevin, den könnt ihr mal fragen, der hat es in der letzten Saison ziemlich souverän absolviert und wenn ihr das sein wollt, dann müsst ihr darauf hoffen, dass Patrick, der gerade neben mir steht aus der Ticketserviceabteilung, hallo Patrick, dass er jetzt gleich euren Zettel zieht, also euer Gewinnlos, was hier drin ist, nachdem ihr nämlich euren Verlängerungsantrag schon abgegeben habt, euer Formular schon eingeschickt habt an die Eisbären Berlin. Patrick, warum sollte man eigentlich diesen Verlängerungsantrag, dieses Formular jetzt so schnell wie möglich an uns schicken? Es gibt natürlich viele Gründe, warum man das machen könnte, aber der eindeutig wichtigste ist, dass bis zum 30.04. bei uns der Frühbucherrabatt gilt und ja, wenn man bis dahin abgibt, kann man noch deutlich am Rabatt sparen. Genau, ihr könnt also Geld sparen, wenn ihr das tut bis 30.04. und ihr könnt Preise gewinnen und das sind unsere 30 fast unbezahlbaren. Misch doch mal ordentlich durch, Patrick. Wir haben es auch auf der Kamera. Kennen musst du von oben filmen? Das sieht doch immer so blöd aus. Wer hat gewonnen? Und zwar ist das Frau Bärbel Anschütz-Fritsch. Mensch, schon wieder ein Doppelname. Bärbel Anschütz-Fritsch. Herzlichen Glückwunsch. Patrick, ich glaube, Bärbel wird sich freuen und vergesst nicht www.eisbären.de slash Dauerkarte oder unsere Ticket-Hotline 030 9718 4040. Da könnt ihr eure Dauerkarten verlängern. Bis dann. Bis dann.